Ich glaube, wir drehen am Rad. Nio. Schaut so aus, wa? Na denn. Na denn. Kommen wir los. Wo bist du? Oben. Oben. Auf dem Rad. Ach da. Ich habe ihn fertig. Du hast ihn fertig. Gehen wir in den Großen. Da haben wir doch keine Sonne. Natürlich. Wir machen die platt, Walad. Hilfe. Was denn jetzt schon wieder? So. Was haben wir denn da? Bogen. Scheiße. Oh, noch einer. Zwei. Scheiße, sag mal nicht. Hab ich auch nicht. Das ist ein Einer. Töten. Ist getötet. Ich habe hier auch was. Hoppala. Oh, Kopf verloren. Entschuldigung. So. Wollst du ihn? Fünf. Ja. Ich brauche da ein bisschen Fleisch von denen. Und das andere nicht? Wie? Ach so. Du kriegst Fleisch raus und ich kriege nur diese... Du kriegst deinen heiligen Schimmer da. Ja, gut. Oben rechts auf dem Turm steht ein Bogenschütze. Rechts auf dem Turm. Moment. Da kommen welche aus dem Lager. Dann gehen wir mal. So, der ist tot. Auch tot. So. Lut, 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 lut. Gib mir dein Fleisch. Da lieg ich da nur. Nee, ist hin. Ach so, der Bogenschütze ist immer nach da oben. Der steht auf dem Turm, ja. Ich glaube nicht, dass der runterkommt. Ich habe doch auch einen Bogen. Aber ich sehe ihn nicht. Ach, da hinten ist er. Der steht Richtung nach draußen guckend. Jetzt ist die Frage, wer besser schießen kann, wa? Ja. Ich weiß ja nicht, aber irgendwie kommen wir da ja nicht hoch zu denen. Habe ich gesagt, ich gehe da einfach hoch. Ich habe hier einen Mammut. Blöder Hund. Kommst du klar mit dem Mammut? Der kämpft aber mit dem anderen noch, oder? Ach so. Was ist gut, einer? Nein, ernsthaft. Ein Kämpfer. Rippt durch Fallschaden. Ich tot? Nein. Ja. Dann bleibe ich hier laufen. Ich wollte eigentlich nur den Turm hochklettern, aber da ist anscheinend zu hoch. Oh nein. Wann jetzt? Weißt du, wo ich bin? Nein. Du bist hier auf dem Turm, da wo der Typ war, oder was? Nein. Ich bin nur in unserem Winterquartier. Ach nein. Kannst du mich mal looten? Wo bist du denn hin? Warte mal, ich muss hier gerade... Also quasi mehr oder weniger unter dem Typen. Quasi unter den... Genau unten drunter, also ja. Moment. Ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich habe ich vergessen, das Bett anzusprechen. Ich auch. Hm, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich war leid auch. Dann loote mich und geh das Bett ansprechen. Ja, ich muss... Ich habe jetzt mal Hype. So. Ich muss mal gucken. Bist du draußen oder drinnen? Draußen. Hm? Draußen. Ich sehe dich nicht. Unten, direkt am Fuß vom Turm auf... Ja, der rechten Seite. Genau unten drunter. Ich bin ja tot, also da musst du eine Leiche sehen. Ähm, außerhalb oder? Außerhalb, immer noch, ja. Ich sehe hier keine Leiche. Nee. Mach keinen Scheiß. Wenn du reingehst in diesen... Nicht rein, draußen. Ja. Ich meine, du guckst jetzt rein. Und dann auf die rechten Seite, rechte Turm oder was? Genau, rechte Turm, direkt am Turm. Ich bin da hochgeklettert und habe es nicht geschafft und bin runtergefallen. Ach da, da liegt der Stein. Da ist er. Direkt am Turm. P, glaube ich war das, ne? Oder was? Tick. Tot. Äh, E? Oder wie war das? Ja. Und dann alles nehmen. Hm. Dezent tot. Dezent tot, ja. So, und wie komme ich da jetzt wieder raus? Hier ist sie. So. Dann kann ich dich ja auch mal... Ich taufe dich. Hm. Ich habe dich getauft. Hm. Schmeiß mir mein Zeug irgendwo dahin. Ich bin da. Wie? Ich bin schon wieder da. Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich auch nicht, aber ich bin jetzt wieder da, wo ich gestorben bin. Nö. Ach. Autsch. Da ist er. Du warst doch neben dich da. Ich hau dich doch schon die ganze Zeit. Ja, aber jetzt erst. Dann schmeiße ich die Sachen jetzt wieder hin. So, du hast wahrscheinlich schon kein Leben mehr, so lange wie ich die schon gehauen habe. So. So. Ablegen. Ablegen. Oh. Siehe, kalt. Muss mich anziehen. Jetzt hast du ein Keramik-Ding. Ja, egal. Loot, 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 loot. Äh. Was waren noch? Mein ganzes Werkzeug, Waffen, Sacketöhnse. Jockmesser. Jo. Steinschwert hat musst du. So Stahlaxt. Ne. Ne. Aber ich nehme sie erstmal. Wahrscheinlich Loot. Ja. Deine Spitzhacke. Jo. Irgendwie eine Fessel und ein Knüppel fehlt noch. Einen Knüppel habe ich hier noch. Und eine Faserfessel. Ambrosia hatte ich noch. Fällt hier. Wie viel? Sieben. Ganz möglich. Keine Ahnung. Kristalle. Soll ich die behalten oder was? Das Lootzeug kannst du behalten. Das ist ja wurscht. Äh. Ein abgedrehter Quatsch-und-Trinksack. Ja. Ein bisschen Essen hatte ich noch. Ja. Wir haben kein Schwefel mehr. Muss man welches besorgen. Kristall habe ich hier noch. Dann habe ich Glas. Gibt es auch. Das Holz. Mein Fleisch. Ich weiß nicht, ob du mit diesen Menschen heiligen Zeug was anfangen kannst. Ich habe es dir jetzt mal gegeben. Jo. Schaut erst mal gut aus. Dann habe ich noch Stahlbarn. Kristall 15. Kannst du erst mal behalten. Teerkugel. Das ist alles Loot. Das ist Loot, ne? Das ist Loot. Loot, Loot. Irgendwie muss man doch da hochkommen. Kann ich den von hier unten abschießen, ne? Weiß ich nicht. Kann ich von hier unten hochklettern? Jetzt probiere ich es nochmal. Komm, du Sack. Nein. Gut, ich lasse es. Der Fallschaden war doch früher nicht so hart, oder? Dieser Turm, dieser kleine Sturz zieht mir über die Hälfte an Leben ab. Das war doch noch nie, oder? Nicht, dass ich wüsste. Hier war ja nichts drin, oder? In diesen Hütten draußen? Hm. Nicht, dass ich wüsste. Von hier aus kann ich ihn gar nicht sehen. Von der Hütte aus. Hm. Komisch, komisch, komisch. Gut. Aber gekriegt habe ich ihn trotzdem nicht. Hm. Ich bin blöd. Okay. Schweinehund. Ja. Bist du jetzt wo? Da. Ah, da. Wollen wir die links, die beiden da? Ich würde erstmal die vor mir. Weiß nicht, irgendwas könnte uns sehen. Ich habe hier so Trommelkampf. Ja, da kommt einer. Ähm, Fighter, ne? Oder was? Ja, Fighter brauchen wir nicht. Ein, zwei. Ups. Ein toter Fighter. Ejo. Ein toter Fighter. Nur ein toter Fighter ist ein guter Fighter. Genau, wollte ich mal sagen. Ja, ich habe es gedacht. Ich habe es lieber durchgesagt. Dann nachher. Dann ziehe ich mal den Fighter noch. Auch noch ein Fighter. Schaut so aus. Hallo. Unten. Oh, ich komme mal. Da ist einer aufgewacht. Da sind ein paar aufgewacht. Ja. Ups. Bist du tot? Ein bisschen. Oh, ich muss jetzt auch weg. Hast du dich nicht, äh... Jetzt bin ich aber wieder zu Hause, zu Hause. Ja, also ich werde ja auch erst mal nach Hause gehen. Mich, äh, in mein Bett verpachten. Wir hatten da oben ja nur Dings wahrscheinlich angelegt, oder? Solche Schlafsäcke. Ja, aber das nützt ja nichts, wenn ich jetzt auch totgehe. Dann bin ich wieder da oben und... Also ich bin zu Hause, zu Hause. Bin quasi schon wieder bei denen im Lager. Ja, ich gehe jetzt erstmal in mein Bett. Ich will mein Zeug. Bin gleich wieder da. Interagieren. So. Aktualisiert. Uff. Jetzt. Jetzt kann ich sterben. Nein. Äh, naja, aber... Aber kannst du mir mal die da hinter mir entsorgen? Ich muss mich erst wieder anziehen. Kümmer dich mal um die Frau. Ja, das ist in Fighter 1. Ja, nackig und ohne alles ist das trotzdem doof. Ja, die ist aber auch nicht ganz angezogen. Ich lasse die mal da, oder? Wenn tot, dann tot, dann gut. Ja, nicht, dass sie verschwindet. Du wolltest ja bestimmt noch ran, oder? Ja, ich will nochmal an die Frau. Dann geh mal an. Dann geh mal rüber. So, ich hab sie. Hast du die anderen tot? Ich hab auch nicht hingeguckt. Dann ist ja gut. Normalerweise bist du der, dass man den Leichen ja so ein bisschen hat, wa? Das ist ein Gerücht. Links oder geradeaus, oder? Da, wo die nächsten kommen. Na gut, dann wird das wahrscheinlich dann links sein, ne? Jetzt mal die zwei da erstmal wieder ins Sagen, ne? Da ist ein... Irgendwas kommt. Ein Fighter. Hm. Brauchen wir nicht. Und so ein Drecksbogen-Schütze. Brauchen wir nicht. Ne, ist eh schon tot. Ich hab irgendwo einen Pfeil in mir stecken. Kann das sein? Äh, ja. Eine Seite. Jetzt ist er weg. Irgendwie die ganze Zeit einen Pfeil im Bild. Ich hatte vorhin fünf. Dann holen wir uns den da auch noch. Das ist bestimmt auch nur so ein... Feig-Tear. Irgendwas kommt. Irgendwas kommt, irgendwas kommt. Irgendwas, zwei kommt. Hoppala. Hoppala. Der steht noch halb. Die Hälfte stand noch. Äh, vorne sind nochmal zwei. Hast du sie? Endlich. Ja, ich bin schon fertig mit dem. Ah, das nächste kommt schon. Das ist ein Schmied oder irgendwas? Vorsicht. Äh, ein Schmied eins. Brauchen wir? Weiß ich nicht. Endlich, brauchen wir einen Schmied? Dann nicht. Nicht? Wenn es jetzt Stufe drei wäre, würde ich sagen, ja. Okay. Stufe eins ist tot. Reptilien-Oberschenkel. Cool. Sag gar nicht so aus. Ne. Äh, vorne ist noch so ein Rotkopf. Das könnte was anders sein, oder? Das könnte was anders sein. Warte mal, ich muss mal eben... Äh, der Bogenschützer hat mich im Visier. Der Rotkopf kommt. Schmelzer drei. Den nehmen wir mit. Kannst du mal den Bogenschützen insorten? Äh, wo ist denn der? Hinter dem Schmelzer. Der schießt auf uns. Ach so, da. Na, dann knüpple ich dich nieder, komm her. Ein Zweier. So. Warte, einpacken. Einpacken. Moment. Ich nehme den Bogenschützen, du den anderen. Äh, wie war das? Äh, nee. E. Ich. E. Äh. Und nicht rennen. Nicht rennen, nein. Nur laufen. Äh, gehen. Genau. Was machst du denn damit? Flop. Können Kopfschmerzen geben. Naja, ich weiß, so viel Unterschied wird es nicht mehr machen. Erst mit dem Knüpfel die ganze Zeit auf den Kopf. Ja. Dann machen wir gegen Stein jetzt. Buff. Naja, dann macht das auch nichts mehr aus. Naja. Wir müssen mal dieses Katapult noch fertig bauen und dann schießen wir die platt. Ja. Nee, vorher brauchen wir noch Tempel ausbauen und. Ah, da stehen noch zwei an unserer Haustür. Guck mal einer an. Ja, lass uns die jetzt mal entsorgen. Auch mit E, ne? Mhm. Wer steht vor der Haustür? Hier ist so ein Kämpfer. Oh, welcher Haustür? Na, zu heiße. Die direkt am Haus. Ach, da. So. Ein Kämpfer, zwei. Äh, ja, zwei. Der ist tot. Auf jeden Fall müsste auch Platz in der, wo die ganz vielen sind, ganz links sein. Wo kein, kein, keine Beschriftung drüber ist oder sonstiges drüber steht. Und sonst muss ich noch eine bauen. Ähm, Angel kann... Ach, nee, hab ich hier. Gut. Hier steht sonstiges, wenn da Platz drin ist, dann... Wassen, wassen, wassen. Nix. Alles gut. Okay. Hat's sich schon geklärt. Oh, haben sie schon nicht viel. So. Nee. Das muss da aber rein. Hä? Wie auch immer. Ich da jetzt noch ein paar Knochen rein. Ablegen. So, wo ist die Räum... Räum-mich-weck-Kiste? Bei den ganzen... Na, da wohl... Entschuldigung. Bei den ganzen Kisten, die linke. Wo sonstiges steht. Da, wo Angel wieder drin ist. Nein, hier. Bei den ganz vielen, wo sonstiges drüber steht. Wo sonstiges... Ah, da. So. Räum-mich-weck. Ich hau' ich hau' jetzt einfach alles mal da rein und du guckst, was wir überhaupt gebra... Jetzt hat er wieder alles genommen. Jetzt hat er wieder alles genommen. Was kann man sagen? Ehe, jetzt nicht. Ich hab' schon wieder alles jetzt im Inventar. Ich räum's jetzt zum dritten Mal raus. Was ist denn das für'n Kack? Du drückst immer eine Taste, alles nehmen. Naja, Leertaste ist doch dasselbe wie alles nehmen. Ne, wahrscheinlich nicht mehr. Naja, doch. Rüberpacken ist... Geben. Space. Also Leertaste. Alles nehmen ist aber auch Space. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, ja. So. Fertig. Na, ich geh mal spannend, weil ich jetzt wieder verpacken darf hier. Dann... Sag mal... Tschüss. Bis zur nächsten Runde. Tschüss. Tschüss. Baba. Baba.